Hi Beauties! Der Sommer steht vor der Tür und ihr seid noch auf der Suche nach den richtigen Pflegeprodukten. Dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn ich zeige euch heute Pflege-Must-Haves für die perfekte Sommerhaut. Und wir starten direkt mit dem ersten Produkt und das kommt von Douglas Home Spa und das ist eben das The Mystery of Her Mom Body Scrub. Ein Body Scrub ist eben ein absolutes Pflege-Must-Have für den Sommer, denn es hat ganz viele verschiedene Vorteile. Es sorgt zum einen dafür, dass die Haut eben intensiv gepflegt wird. Es hat einen peelenden Effekt, wodurch eben überschüssige Hautschäbchen abgetragen werden. Und das hat eben den Vorteil, dass eure Haut dann super geschmeidig und gleichmäßig ist. Und wenn ihr dann zum Beispiel einen Sonnenbad nehmt oder eben den nächsten Self-Tanner auftragt, dass ihr eben eine richtig schöne gleichmäßige Bräune bekommt. Und ich habe euch wie gesagt hier dieses Body Scrub aus der Douglas Home Spa Collection mitgebracht und das ist eben super cool. Das riecht wahnsinnig gut. Also ich habe es eben schon mal aufgedreht und der Geruch ist einfach super entspannt und erinnert mich eben an so ein richtig schönes Beauty-Treatment, was man sich einfach voll selber gännen kann. Hier stecken eben Rosenblätter drin, Cranberry-Extrakt und eben auch Zucker. Und der sorgt eben für diesen peelenden Effekt, dass eben die Hautschäbchen abgetragen werden. Die Haut wird gepflegt, weil da verschiedene Öle drin sind und somit könnt ihr eure Haut eben ideal für den Sommer vorbereiten. So, nachdem wir unsere Haut jetzt richtig schön samtig weich gepillt haben, sind wir bereit fürs nächste Sonnenbad. Und da möchte ich euch natürlich noch ein passendes Produkt zeigen, damit ihr euch eben nicht unter Lichtschutzfaktor in die Sonne legt. Und zwar kommt das von Biotherm und das ist eben die Late Solaire Sonnencreme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr alle wisst, wofür eine Sonnencreme geeignet ist. Ich möchte euch aber trotzdem noch einmal erzählen, warum diese hier von Biotherm eben so super cool ist. Und zwar hat die eine sehr sinnliche und zartschmelzende Textur, die eben auch super reichhaltig ist, aber trotzdem keine weißen Streifen hinterlässt. Und das ist immer das, was mich persönlich so am meisten an Sonnencremes stört. Und zusätzlich hat sie eben einen Lichtschutzfaktor 50, das heißt sie bietet eben auch einen zuverlässigen Schutz vor UV-Strahlen. Und deswegen darf die in eurer Sommerroutine auf gar keinen Fall fehlen. Für die extra Portion Sommerfeeling sorgt auch das nächste Produkt und das kommt eben von Sol de Janeiro und das ist die Brazilian Boom Boom Cream. Und zwar lüftet diese Creme hier von Sol de Janeiro das Geheimnis von schöner, straffer Haut. Denn hier stecken eben ganz viele tolle Inhaltsstoffe drin, wie beispielsweise Koffein, Acai oder auch Kokosöl. Und diese Kombination sorgt eben dafür, dass die Haut richtig schön straff gepflegt wird, dass sie richtig schön zart und geschmeidig wird. Und diese Creme hat eben einen super tollen Duft. Für mich riecht das Ganze einfach direkt nach Sommer und zudem schenkt sie eben auch noch einen tollen brasilianischen Glow. Und deswegen ist die ein absolutes Master für den Sommer. Das nächste Produkt, was ich euch vorstellen möchte, zaubert im Handumdrehen einen schönen, strahlenden und natürlichen Glow. Und zwar geschieht das ganz einfach mit dem Super Glow Serum von 123. Und zwar handelt es sich bei diesem Produkt um eine regelrechte Wunderwaffe, denn es ist angereichert mit ganz viel Vitamin C. Und das sorgt eben dafür, dass fahle und müde Haut direkt einen frischen Kick bekommt. Und dass eben auch dunkle Augenschatten und Hautunreinheiten reduziert werden. Dabei kann dieses Serum vor allem auf seine Inhaltsstoffe zählen. Denn hier stecken beispielsweise fermentierte Trauben und auch Pilze drin. Und dieses Serum ist eben auch für alle Hauttypen geeignet. Auch selbst für sensible Haut. Und es ist eben auch noch ein Teil von Clean Beauty. Ich habe euch jetzt ganz viele tolle Produkte gezeigt, die eure Haut von außen heraus eben auf den Sommer vorbereiten und sie richtig schön pflegen. Das Ganze funktioniert eben aber auch von innen. Zum Beispiel in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Und da möchte ich euch heute die Red Carpet Kapseln von HAM zeigen. Und zwar handelt es sich hierbei um richtig coole vegane Kapseln von HAM, die übrigens auch super zu meinem Outfit passen heute. Und zwar haben die eben super coole Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel verschiedene Linolensäuren und auch Vitamin E. Und das sorgt eben dafür, dass die natürliche Leuchtkraft eurer Haut unterstützt wird und euch auf jedem Bild im Sommer strahlen lässt. Und zudem wirken die sich auch noch positiv auf eure Haare aus. Also eine echte Win-Win-Situation. Und wenn ihr jetzt noch von innen was für eure Haut tun wollt, dann schaut die auf jeden Fall mal an. So, das waren jetzt alle Produkte. Ich hoffe, wie immer, dass sie euch gefallen haben. Ich habe sie euch auch nochmal unten in der Infobox verlinkt, falls ihr sie nachshoppen möchtet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt natürlich sehr gerne den Kanal abonnieren, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!